Endlich die neue Woche und es geht eigentlich ganz gut los, zumindest mal nicht ganz schlecht. Das ist ja schon mal ein ganz gutes Zeichen, nämlich dass der Markt zumindest in Deutschland erstmal nicht weiterfällt. Im Gegenteil, er kommt nach oben und das, ich finde, auf eine ganz typische Art und Weise. Wir hatten ja ganz häufig schon darüber gesprochen, dass ein Anstieg ja nicht so unrealistisch jetzt wäre. Und idealerweise sieht das Ganze dann ein wenig danach aus, als ob das so die starke Bewegung ist, dass so die schwache Bewegung hier in etwa, das wäre gar nicht so schlecht, wenn es anschließend nochmal nach oben geht. Das allerdings ist nicht der endgültige Beweis, dass der Kurs auch wirklich langfristig nach oben geht. Es ist aber ein erster sinnvoller Versuch, denn alle Aufwärtsbewegungen oder alle starken Bewegungen fangen gerne mal so an, im Kleinen wie im Großen, dass wir eine starke Bewegung haben, eine schwache Bewegung und anschließend nochmal eine starke. Und wenn wir Glück haben, läuft es dann ja richtig weiter. Das wird dann hier an der Stelle entschieden. Das wird deshalb da entschieden, denn das wäre ja dann das Mittelfeld dieser Abwärtsbewegung und quasi ein typischer Rücksetzer für eine ABC. Also auch dieses Bild ist noch sehr realistisch. Das klingt jetzt für die meisten saudoof, weil, nein, man muss doch das festlegen können. Und man sieht an den Chart, kann man nichts lesen. Tatsächlich kann man nicht ablesen, ob das ein oder das andere Szenario kommt, wobei ich allerdings dazu sagen muss, dass das bärische Szenario nach diesem übergeordneten Abwärtsmove das wahrscheinlichere ist. Das glaube ich, kann man schon sagen. Aber was nützt uns das, wenn ich sage, für das Abwärtsszenario ist die Wahrscheinlichkeit 75% und für das Aufwärtsszenario 25, die Zahlen sind jetzt rein gelogen, rein erfunden, aber also nicht die Größenordnung wirklich widerspielen, können wir dann sagen, 75, dann ist ganz klar, was passiert. Nein, es ist eben genau nicht ganz klar. Es ist eben nur etwas wahrscheinlicher. Und dabei kommt es gar nicht darauf an, ob das jetzt 75, 85 oder 90% ist. Es ist nicht verlässlich, aber es ist eine Orientierungshilfe. Ja, was machen wir denn dann mit dem Wissen, wenn es dann doch eh nur eine Orientierung ist? Ja, da kann ich auch gleich hier irgendwie, wie lese ich häufig, Kaffeesatzleserei. Ja, ich glaube, das ist häufig das Problem, dass man der Charttechnik etwas Falsches zumutet, nämlich die Möglichkeit, damit die Zukunft vorherzusehen. Das geht sicherlich nicht. Aber die Gegenwart kann man sehen und daran kann man ablesen, wie die Leute gerade drauf sind. Und wer kennt das nicht? Ich weiß noch nicht, ob die Party in fünf Stunden gut ist. Aber wenn ich auf eine Party komme und ich sehe, die Stimmung ist jetzt gut, dann bin ich ganz guter Hoffnung, wenn ich sehe, ist jetzt schon doof. Hm, es kam doch noch was Gutes im Fernsehen. Also, ihr seht schon, ein bisschen was kann man da ablesen, auf das eigene Verhalten dann eben entsprechend umstellen. So, also, die Erwartungshaltung, dass es ein wenig nach oben geht, ist noch sehr, sehr realistisch. Ich bevorzuge nach wie vor das Bild nach unten, vorsichtig. Ich habe hier bewusst so als Angstgegner, als Endgegner sozusagen hier, oder Bossgegner hier, das richtig hässliche Bild nochmal gelassen, dass wir uns das immer vor Augen führen. Das ist alles andere als unmöglich. Aber das wird an dieser Marke erst wieder wirklich existent. Vorher ist das nicht wirklich relevant. Wir haben auch Rücksätze, die auch noch deutlich tiefer gehen als das, was wir hier hatten, die immer noch das übergeordnete bullische Bild unterstützen. Also, das jetzt nicht unbedingt. Aber ich kann mir eben sehr gut vorstellen, weil es eben sehr typisch ist, dass wir hier diese Geschichte bekommen, das, das, das und anschließend nochmal die Fortsetzung. Das dürfen wir nicht außen vor lassen. Wer also bullisch ist, der muss dafür sorgen, dass wir die Stops auf der Unterseite dann entsprechend ein bisschen hinterherziehen. Wenn es dann weiter nach oben geht, freut man sich, man hat die Stops irgendwie hinterhergezogen, alles ist safe. Und wenn der Kurs dann tatsächlich nach unten dreht, dann kann man sagen, naja gut, war ein Versuch. Wenn ich hier, nur ein Beispiel, wenn ich hier einsteige und davon ausgehe, er geht bis hierhin, dann habe ich, und noch höher, viel höher, viel höher eventuell, dann habe ich ja auch eine entsprechend große Gewinnseite und eine verhältnismäßig kleine Verlustseite demgegenüber. Und das ist etwas, was die meisten Menschen, die nicht Trading-affin sind, erst lernen müssen. Es geht immer diese Gegenüberstellung, dieses Chance-Risiko-Verhältnis sozusagen, die Gegenüberstellung dieser beiden Seiten und nicht die Wahrscheinlichkeit, du weißt doch dann genau, was passiert. Nein, ich habe keinen Plan. Aber ich weiß, wenn die Aufwärtsrichtung wirklich losgeht, kann ich es relativ eng hier auf den Unterseiten absichern. Denn dann, wenn es wirklich jetzt da hochgeht, dann kann er auch nicht mal runtergehen. Das heißt, das ist das, was ich in die Waagschale lege oder von mir aus auch kleine auf untergeordneten Ebenen. Und wenn es dann wirklich läuft, dann ist das plus x das, was ich dann gegebenenfalls bekomme. In diesem Fall glaube ich, dass die Trefferquote dafür nicht super groß ist. Wer es will, kann es trotzdem versuchen, weil er sagt, naja gut, das kenne ich vom Lotto. Trefferquote ist gering, aber mein Risiko ist einigermaßen überschaubar und die Größe nach oben ist nicht schlecht. Ich finde das zumindest mal ein Gedankengang, den man machen kann. Ich mache es normalerweise so, dass ich mich auf die nächste Zielseite konzentriere und die ist eben klassischerweise so ein bisschen Fibonacci-affin. Das heißt aber nicht, dass meine Variante jetzt immer die beste ist. Das muss jeder selber wissen. Ob er mehr auf Trefferquote, mehr auf Chance-Risiko, mehr auf was auch immer, auf Wumms oder auf Vorsicht spielt, das ist ein bisschen Geschmackssache auch. Aber ich sage mal, wenn er hier reinläuft und dann anfängt zu drehen und dann die Unterseite nochmal rausnimmt, diese Marke hier oder vorläufig diese, die ich ja eben auch als eine mögliche Stop-Marke für Longs identifiziert habe, dann wäre es sehr realistisch, dass der Kurs diese Bewegung, wo auch immer das Hoch dann ist, wir unterstellen mal, das ist jetzt nur ein Gedankenbeispiel, hier ist das Hoch, dass das Ziel dann hier unten irgendwo wäre. Das wäre mehr als typisch. So, also ihr seht, so ist die Art und Weise, wie wir Händler denken, wie wir ticken. Es geht nicht darum, dass wir wissen, was passiert, aber es geht darum, dass wir sagen, es ist aber egal, weil Chance-Risiko, wenn es falsch liegt, ist zu unseren Gunsten und dementsprechend für mich akzeptabel. So, also um es zusammenzufassen, DAX vorläufig erst nochmal nach oben, würde mich überhaupt nicht wundern. Ich denke, dass es in diesen mittleren Bereich hier reingeht. Fibonacci, ich habe es in vielen, vielen Videos immer wieder erklärt. Ihr wisst das, ich will euch ja auch nicht langweilen, da irgendwo in diese Zone rein und anschließend, da wird dann entschieden, ob der Kurs nach unten geht. Dann stoppt gegebenenfalls absichern. Einige nehmen auch Gewinne mit. Ich bin auch ein klassischer Gewinnmitnehmer. Das kann man alles tun. Schauen wir schnell auf die Amerikaner. Da sieht es grundsätzlich ähnlich aus. Hier seht ihr noch so eine Zeichnung. Ich hatte am Wochenende ja ein Video. Ihr habt das gesehen im YouTube bzw. auf Finanzmarktwelt.de zum Thema Gold und Silber. Ich hatte ein englischsprachiges, dazu sind das hier noch die Restzeichnungen. Für diejenigen, die das auch verfolgen wollen, gucken sich das natürlich gerne an. Aber ansonsten können wir es nochmal kurz zusammenfassen hier. Auch hier gilt diese Aufwärtsbewegung als vorläufige und dann ebenfalls die Entscheidung irgendwo in diesem Raum. Merkt euch diese drei Fibonacci-Linien. Das ist nicht, dass es exakt an einer dieser dreht. Das passiert zwar sehr häufig, aber das ist jetzt nicht die Kunst der Geschichte, sondern innerhalb dieser Zone ist es ein ordentlicher Rücksetzer. Und wenn er dort dreht, und wie erkenne ich das? Entweder wenn er die Unterseite wieder triggert oder wenn er hier anfängt, nicht dreiwellig runter zu gehen, sondern irgendwie schubmäßig runter und, ganz wichtig, wackelig nach oben. Also das ist ganz wichtig. Hier ist es eben nicht, dementsprechend noch nicht der richtige Einstieg für die Short-Seite. Das kann sich aber später ändern, wenn im Laufe des Nachmittags oder abends vielleicht irgendwann sowas passiert, dann kann man sagen, hey, wir sind hoch genug gelaufen. Warum nicht mal die Abwärtsseite wieder probieren? Denkbar wäre es. Jetzt da sich allerdings dagegen zu werfen, das macht wenig Sinn aus meiner Sicht. Denn wenn der Markt aufwärts geht, dann kann er das hier natürlich durchaus noch länger machen. Der S&P ist sogar viel besser aufgestellt als Dow und DAX. Die sind ja etwas, also Dow und DAX sind relativ ähnlich im groben Bild zumindest mal. S&P und Nasdaq würde ich im Moment etwas eher in Verbindung miteinander bringen. Und der S&P gefällt mir eigentlich gar nicht so schlecht. Da wird es jetzt davon abhängen, ob wir früher oder später jetzt so diesen wackeligen Rücksetzer hier bekommen, der uns dann eben sozusagen nochmal einen Einstieg für die Long-Seite entsprechend bringt. Also hier bin ich deutlich positiver, denn ihr seht das hier schon. Die Vorgeschichte ist sehr schön nach oben schubmäßig, aber wackelig ist es nach unten. Die Frage ist, geht die Korrektur nochmal ein bisschen, denn sie ist eigentlich ein bisschen zu früh. Viele kennen diesen Slope, diesen Winkel sozusagen. Das ist der gleiche Steigungswinkel wie der Anstieg, nur halt umgekehrt hier für die Abwärtsseite. Und dann sehen wir, dass die Abwärtsseite, die ja eigentlich eine Korrektur sein sollte, ja viel, viel intensiver sogar ist. Die Korrektur ist schneller als die eigentliche Trendbewegung, ist nicht so das, was man sich idealerweise vorstellt. Und das lässt mich vermuten, dass die Korrektur ernsthaft eine Chance hat, noch nicht fertig zu sein. Das killt das übergeordnete Bild gar nicht. Ihr seht es ja hier schon aus den Augenwinkeln, da habe ich schon ein bisschen mal in die Zukunft fantasiert, als eine Möglichkeit. Das ist gar nicht davon abhängig, ob das jetzt dann nochmal einmal hier tiefer kommt, nochmal einmal rüber wackelt hier. Das hat damit erstmal gar nicht zu tun, außer dass diese Strecke vielleicht etwas länger ist. Das Bild bleibt aber generell das Gleiche. Und auch der S&P hat hier vorne, Entschuldigung, nicht der S&P, der Nasdaq, NQ jetzt hier, das sind alles die amerikanischen Futures. Die Strecke hier nach oben ist sehr schön schubmäßig nach oben gewesen. Das macht Mut, das zeigt nämlich, dass der Markt richtig Lust hat. Und solange die Abwärtsseite nicht ganz so scharf ist, ist alles gut. Im Moment ist sie allerdings ebenfalls noch unter dieser Linie. Ihr seht dieser Steigungswinkel und dieser hier, das ist der Inverse sozusagen da drauf. Aber die Korrektur war fast schneller. Das lässt ein bisschen Vorsicht erstmal erahnen. Wir sehen auch, dass die Abwärtsseite noch scharf auf der Abwärtsseite, scharf auf der Abwärtsseite, hier auch scharf auf der Abwärtsseite ist. Und dagegen wackelig auf der Aufwärtsseite, wackelig auf der Aufwärtsseite. Also der Nasdaq oder eigentlich die Nasdaq-Börse oder der Nasdaq-Index hier ist noch nicht der Burner, wenn es darum geht, jetzt hier auf die Kaufseite zu wechseln. Da will ich erst noch mehr sehen und zwar richtig Überzeugungskraft, egal in welche Richtung. Das geht natürlich auch mal so aus der Hüfte geschossen. Ihr seht das hier, da ist der Kurs zwar steil runter, aber eben auch steil hoch und wackelig runter hier. Und entsprechend gab es nachher nochmal die Fortsetzung. Genau das kann es ja hier wieder geben. Und dann hat man zumindest nochmal einmal erstmal die Chance. Und dann wird man sehen, ob es von dort aus dann nochmal richtig weiter geht. Also das Ganze im Moment so ein bisschen das Wechselspielchen der Märkte. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr diese Woche nicht darunter leidet, sondern vielleicht auf kurzer oder auf längerer Ebene dadurch ein bisschen was mitnehmen könnt. An dieser Stelle jetzt erstmal euch alles Gute, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag.